Okay, Haley ist gespawnt. Spawn. Bin. Der untere Tank jetzt, ne? So, Lost Way auf mir. Und der nächste Tank kann spawnen. Okay, bin. Passt. Ich nehm den vorderen Jeep, überfahre mich nicht. Achte auf die Rakete von dem Haley, ne? Äh... Weil der Jet ist gebailt auf... C. Dann gehen wir über die Hügel. Wir fahren mit dem Jeep nur bis, äh, nach vorne. Ich hab Hit auf der Infanterie bei C. Jetzt hab ich über gefailt mit dem Buschenkel. Ich steck aus, ja. Ja. Wieso seid ihr mit dem Jeep am A? Oder fahrt ihr nur durch gerade? Ne, ne, der fährt durch. Da ist noch ein Tank. Ja, ja. Sollte Dings nehmen. C. Ich bin bei C. Wo fährst du hin, Lost Way? Ja, bei Dings ist ein Tank. Ich wollte Dings vorbei, es ging nicht. Lass bei Dings. Warte, hier ist nix. Oh doch, hier ist was. Hehehe. Einen ist down und der andere... Ein Tank auf der Straße hier vor mir. Aber ich steh ziemlich weit hinten. Ich lass den mal ziehen. Hier ist keine Hilfe. Ah, der zweite Tank ist bei mir, Norman. Bei B. Ich kann nix machen. Hier hinter dem Haus ist irgendwo ein Spawn. B ist aber auch schon Infanterie drauf. Hier auf C jetzt auch. Jo. Eine Sekunde. Ich bin glaube ich neben dem. Prost der. Jo. Tank, Straße hin. Einer ist fast down. Hat der schon einen Hitze? Ich fahr den an jetzt. Da ist noch einer. Jo. Ich bin schon disabled. Irgendwo bei den Hügeln. Ja, ja, gesehen. Sieger, Zeichen. Der ist wieder abgehauen. Wie bitte? Bin down. Die Schnelltank ist vor uns auf den Hügeln. Ist runtergejumpt. Ja. Der Tank da oben hat nen Hit bei B. Tank hit. Ja, für uns zum D. Tank disabled. Da kommen zwei Infos zu uns. Von dem Container. Jo, bei mir. Tank down. Tank down. Pass auf Sieger, bei dir ist einer. Oha. Impf down. Tank hat mich. Äh, war auf C noch ein Impf? War Strain? Naja. Lebst du noch? Ich bin da auch gewesen. Okay, dann müssen wir A-Tanks, ne? Jo. Ich fahr jetzt auf D mit dem Tank, okay? Oder soll ich euch C helfen? Nee, C haben wir. Dann fahr ich jetzt einfach mal auf D durch. Ich fahr mal zur B runter. Bleibt einer oben bei C. Oh, da kommt ein kleiner. Der ist super, wenn bei mir einer spawnen könnte. Hier ist nämlich schon... Oh, der Tank besetzt auf D. Da sind zwei Infos gespottet auf B. Da sind zwei Infos gespottet auf B. Da ist down. Der andere ist gleich auch. Ja, Inf. Auf B. Zwei down. Drei down. Ich bin down. Tank ist abelt auf D. Tank auf B und ein Inf hinter dir. Der der gerade im Wasser ist Richtung B. Hinter dir kommt gleich einer. Der rennt zu C. Von meiner Leiche aus. Das waren wir spawnen. Panzer auf B. Immer noch. Ein Infos gespottet. Ich nehme den A-Tank. Das war das falsche Squad. Mali hast gehört, ich habe den A-Tank besetzt. Das war das richtige Squad. Sieger runtergeflogen? Ja. Ne. Nein. Ach, das ist innen von B auf C. Mali, lass mal Richtung Straße. Dann können wir zusammen pushen. Ich glaube, du brauchst dann nicht im Wald machen. Jaja. Der Wald vor. Ich habe ein Tank wieder vor mir. Der fliegt aber mit Raketen. Der hat Raketen. Keep auf C. Norm, ich will hinter dir retten, Metz. Jo. Der ist down auf C. Okay. Tank disabled. Nix mehr. Danke, fuck. Schön. Ich rappe schon mit. Jo. Der ist auf D fahren schnell. Auf D fahren noch ein Tank robben. Braucht ihr vom Tank Hilfe? Passt. Ja, tankt auf... Der ist direkt vor uns. Ich habe schon einen Hit. Ich fahre mich zur Tau, dann helfe ich mit. Wenn du da hinkommst. Wenn du da hinkommst. Der Imp ist tot da. Tank hit. Rechts an uns. Von hinten Beschuss. Jo. Ich verlasche. Tank hit. Tank ist ausgestiegen. Hast du den rechts mal? Ne. Ne. Der Tank ist verbrannt. Da steht ein leerer Tank. Besetzt den. Digga. Schön. Hast du den auf C? Der ist aber noch im Gebüsch. Der ist hit. Nein, ich habe hit gemacht. Jetzt ist er tot. A ist weiter. Von A. Wie wollen wir es machen? Ich gehe zurück auf A. Ich fahre auf C hoch. Okay, ich fahre B. Dann können die mich reparieren und ich habe Umfeldscan dabei. Vor A sind zwei Infanterie. Ja. Zwei sind da. Eine in flight bei mir spawnen, wenn es umgeht. Ja. Ich fahre jetzt in B rein mit dem Tank. Auf A sind vier Infanterie. Auf A sind vier Infanterie. Auf A sind vier Infanterie. Ja, ich gehe auch zu der Koffer. Okay, ich stehe in B. Ich ziehe. Okay, ich supporte mit von oben. Ich gucke zu den Hügeln dahin. Da fährt ein Tank irgendwo aus der Hügeln. Zwei Daun. Oh, dann können die bei mir spawnen. Muss ich aufpassen. Ja, so ein bisschen die Hügeln gucke ich ab. Na ja. Echt Infanterie, das Verfahren? Keine. Ich habe B auch. Wo ist denn der Letzte? Weiß ich nicht. Ich habe noch einen am Streifen gewischt. Also die Hügel Richtung unsere Base, da ist keiner. Kannst du mal kurz rein tanken? Danke. Mach mal kurz reaktiv rein, bitte. Okay. Der Clash von denen ist gebailt. Tank auf D. D, ja. Ich fahre D an. 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 Soll ich die Air mal fragen, ob die uns hilft? Ja, der Tank ist da schon weg. Okay. Ja, ich sehe schon. Tank hit. Hit, disabled. Down, Jim. Ist noch ein Inf. Ich fahre D an. 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 Okay, ich glaube D ist safe. Ich fahre D an. Ich fahre D an. Ich fahre D an. Ich fahre D an. Ja, ich fahre D an. Ich fahre D an. Ja, bei Gelegenheit mal. Oh, bleib drinnen, bitte. Drei Tanks, drei Infs. Passt doch. Ne, also hier ist noch nicht. Achso, danke. Vor uns müsste noch was sein. Direkt vor uns. Rechts vor uns den Habe. Ich bin voll. Hast du den im Haus? Ja, ja, im Haus habe ich den. Aber vor uns war doch vorhin noch ein Inf gewesen. Tank aus der Base. Ich glaube nicht mehr lang. Ach, siehne. Okay. Ich hatte ihn angeschossen, aber... Du kannst ihn mit der dritten Position auch marken, wenn du das hast. Ich habe da mit. Ja. Dann stelle ich mich in die Mitte mit dem Tank, wenn wir jetzt so stehen. Ne. Ich sehe mich einfach. Tank kommt. Tja, aber der fliegt. Gehen wir zu C, Mali. Hit. Tank ist hack, oder? Ich brauche mal eine hintere Reaktive. Fliegt. Da fliegt ein Jetgun slow zu... Tank hit. Aber der fliegt unser Jet da, ne? Fuck. Wie hat er das geschafft? Reparieren mal bitte. Ich habe hier vorne, direkt vor mir Inf. Ich gehe den Tank an, Norman. Super. B-Trop. Da ist keiner von uns. Der repariert. Ich kann B hinfahren sonst einfach mal. Aber ich lasse den Tank dann unten in Ruhe. Tank ist da. Lass den Inf leben. Nicht mach den Inf nicht tot. Lass ihn doch laufen. Gehen meinst du hier? Wir haben C verloren, ne? Mhm. Kannst du C hoch, Mali? Ja. Ich gehe mal rauf auf C, ja? Oder soll ich mal D, B bleiben? Lass mal das B ziehen und dann kannst du C laufen. Okay. Braucht dich als Scannen hier, sonst sehe ich nichts. Der ist ganz hier zu D jetzt durchgelaufen. Der Inf, der hier vorn bei mir war, der ist noch vor C. Ist der im Bergschatten bei D oder wie? Oder ist der Hügel? Der hat jetzt den C rollt, ist da um. Ich hab einen Hit gekriegt, ich weiß nicht von wo. Ja. Ja. Schau mal vor uns. Hey, da ist einer. Braucht ihr irgendwo Hilfe? Da bellt glaub ich dann ein Jet über A und A schon wieder. Ich fahr zu A. Ich fahr auf dem Pfanne jetzt, aber. Lauf, mach den von vorne. Oh, dann. Warte, du bist näher bei A und dann bleib ich bei D. Okay. Wo ist der? Der ist hier oben. Ich seh noch, der hier nicht läuft. Hallo, wo ist er hin? Ach, da. Das war echt. Ich hab nur einen Arm gesehen, sorry. Ja, egal. Da rennt einer, da rennt einer im Wald Richtung. Sonst wär zöger einfach mal jetzt spawnen. Bis es irgendwo blinkt. Laufst du Hilfe? Laufst du? Laufst du? Laufst du? Laufst du? Ah, ist clean. D blinkt. Wir haben da zwei Ams. Chat-Craft-Mechan. Ich fahr D. Ach, ihr seid ja D, ne? Ja. Auf D seh ich ihn nicht. Chat geht auf dem Heli los? Ne, doch nicht. Er dreht wieder Marlin. Und trotzdem. Ich kann hier auch direkt umstehen. Da, Tau. Oh, mein Gott. Kill dem am Tau da. Das sind sie auf dem Schießen. Hat Damage. Der ist da und da ist noch einer da. Marlin seine Reaktivgast. Ist die nicht zurück? Nein, die Reaktivgast. Ja, ging nicht. Jetzt haben wir einen Tank verloren. Naja, die ist schlimm. Ist der Tau hier drin? Ja, ich hab ihn zu schnell abgeknallt. Den anderen. Sorry. Ich spawner bei B. Bei B sind Minen. Oh doch, hier kommt noch was. Auf D. Tank. Zwei Tanks auf D. Ich brauch Hilfe. Heli disabled. Ich brauch Hilfe auf D. Zwei Tanks. Ich bin down. Oder lass uns B nehmen, wenn die beiden Tanks noch auf D sind. Ja, mach das. Also wir gucken jetzt rar in Richtung Straße. Ähm, da kommen zwei oder drei Indus hoch zu C. Ich bin nochmal D nachgespawnt. Ich versteck mich. Da ist noch einer. Ich spiele einfach Medic. Welchen Squad bist du? Weiß ja. Ja. Du bist down. Ah, C fällt. Ray willst mal Flak gehen? Ja. Na C einen. Down. Er ist down. Böden. 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 Macht der Tank Hinter uns Hinter mir, ja Ah, C fällt schon wieder C4 Neu Ja, auf C kann ich nicht sehen Wir sehen gerade selbst nicht Da steht ein Tank auf A Fahr mal schnell hin Ich spawne gleich Achso Dazu C hoch Ja, ja, ja Toro, sehen wir den Tank links auf der Straße? Ab der C? Ja, ja Auf D steht noch ein Schilder, zwei Tanks, ne? Der Tank ist dieselbe Der Tank ist der Der Tank ist der Aber der ist ausgestiegen Der rennt jetzt zu mir hier runter Tank kommt auf B, Tank kommt auf B Ey, warum spotte ich den nicht? Tank hit Tank hit, disabled Auf der Brücke ist ein Int ausgestiegen Kann leider nicht sagen, wo der ist Hast du den da oben? Hab ihn Nee, einer auf C Vom Wasser? Ich rate eben RPG noch Hab ihn vom Wasser? Hast du deine hintere Reaktiv? Äh, die rechte fehlt Recht hab ich da gemacht gerade Tank auf D Ja Äh, Norman, pushen wir D? Ich kann gerade nicht, ich muss superieren Außerdem hab ich schon Tank bringen Da kommt Tank von rechts noch von dir, Norman, ne? Oh fuck Dann hab ich eh ins Probleme Ich gehe auf D Ich versuche mich zurückzuziehen Ja, auf D steht noch Der hat auch die TV dabei Tank auf D hat Hit Oh mein Gott Der ist down rechts neben uns Ja Ja, D tank down Jetzt kommen wir da reinfahren Mit C wollte einer hochlaufen Ja, den hat wieder auf Das war up in Ranch Da müsste ein Tank gleich spawnen sonst noch Ja, beim Tank spawnen launch, Anna Ähm, das noch Oh, die sind ganz viel auf D Oh, Tau Ja, den hab ich Oh doch, ist noch einer da Tau 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 hat du Alter Fuck man Der war so nah, ich konnte ihn nicht mehr treffen Fuck, hier ist aber noch einer, ne? Ja Hinter dir, Norman, am Haus Ja, ja Ganz neuer so noch Ich hab noch Bringen bitte bei mir nach auf die, wenn ihr könnt Ja, bin da Ich hab den auf der Map gesehen, er war schon zu spät Äh, ich hab nur drauf geachtet grad Äh, Norman, hast du was gegen mich? Ich hab vor 5 Minuten auf das Haus geschossen, weißt du das? Ja Ich hab schon ewig keinen Schuss mehr abgegeben Jeep irgendwo rechts, äh, ja der war's Auf A ist ein Jeep, ist ein Jeep, ist ein Jeep ergehalten Fahr zu A, Fahr zu A Läuft Tja, hat doch grad da ein Jeep gekillt Soll ich bei A nachspawnen, oder schafft ihr das? Ne, ne, das geht schon Ich bin auch nicht Da, der ist gespawnet Jupp, zweimal Infanterie auf Alpha Ich komm von hinten A auf A3, Mann 3 Spieler Einfach überleben, kein Stress, einfach überleben Kürzen Tickets Sollen sie doch A ziehen Der Panzer kommt auf D Der Panzer kommt auf D Oh mein Gott Ja, ich hatte grad Schiss, dass es schon wieder C4 ist Ja, du hattest die Spec Ops Kleidung an, das hat mich extrem irritiert grad Aufnahme die dritte Aufnahme die dritte Jett, die sind rausgesprungen bei C Sind es bestimmt einige bei C Soll ich den Tank helfen auf C erstmal, oder wollen wir trotzdem A weiterfahren? Egal, wir kriegen C Ich denke mal wir kriegen A auf jeden Fall Der eine Tank hat Erwichtung Noch ein Inf, noch ein Inf Okay, dann machen wir A Drei Inf Noch einer Zauber Ich fahr jetzt rein in A Da waren drei Infs gewesen, Alter Ach, die sind neben mir Die können nochmal spawnen, ne? Ja Ja Okay, wir sind in A drin Hier hinterm Haus ist keiner gespawnt Doch, es ist einer vor dir Ach, im Haus Genau da, denke LOL LOL Ich mag den Jet Nice Ich glaub, irgendeiner meiner random Sprayschlüsse hat einen Fass getroffen Denk dran, holt mal bitte D, ihr müsst D jetzt holen Ja, ich bin schon am Weg Okay, Subi D oder B Delta Ja, zu B kann Ich fahr jetzt mit dem Tank gerade auf Beta Achso, Illustrator, Illustrator, warte, warte, warte Ich fahr zu B Und einer könnte ruhig auf C bleiben Da steht Tank an der Antenne An der Antenne? Da hab ich den vorhin gesehen Ich dachte, der ist längst weggefahren Nee, der stand der Antenne Der rollt jetzt wieder, der ist da wieder eingestiegen Der hat sich repariert Ich bin jetzt auf B, ja Okay Warte mal, ich Stell mich parallel Wer ist gestorben? Welcher Mob? soup, der Tank fährt neben mir Der fährt auf dem Feld Neben mir Wo bist du denn? Bin parallel zu Dir Ähh, da fährt ein Jeep Tank Richtung B Ne, ne 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 �네 Was? Was war das denn? alter da steht gerade inf vor mir ich baller mit dem jeep 50 schüsse auf ihn ich habe keinen einzigen hitmerk bekommen der jeep ist immer unterhalb von c die gehen jetzt entweder die haben sich repariert und gehen jetzt die sind jetzt bei c2 hier einer oh mein gott noch einer komplizierten wir bleiben erst mal hin und denken also ich bleibe mit dem tank auf b und der ganze und noch besser ich stelle nicht mal auch zur antenne ich will auf den highway fahren ein impf ist hier noch in den bergen ich stehe den hier nicht ich könnte jetzt in die feindliche base schießen da ist da stehen die bei mir da stehen in direkt vor unserer base wenn ihr rauskommt links sicher dass hier noch einer auf c ist bei unserer base seiner ja den habe ich gerade schon eher angesagt und da ist noch ein interne hinter mir ist ein infanterie oder was ja irgendwo hier in den hügeln oben die stingern alle da da steht wieder einer von der base immer noch ein infanter basis auf der rechten seite ja wir kümmern uns gerade um ach pio fliegt ach so ah geht ich bin grad eh in den hübeln ich lauf da mal hin oder kriegt ihr die weide ah das sind am haus ok dann im container gebäude ist ein inf da ist da ist ein infrechts da zwei gespattert auf dem web seht ihr die ja ach lol die sind ja bei mir hier durchgelaufen der heli schießt glaube ich schon drauf oder ja 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 wir brauchen unterstützung auf b ja ja jet und heli kümmern sich ja 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 das sind zu viele du das können die nichts machen ich bin jetzt mit dem tank auch da aber alleine ist bringt das auch nichts ja ich fahrt aus der base raus b fällt oh lol what the fuck wie viele hier sind ja maus hatte ich komme auch noch da oben auf den hügel ist noch drei stück ein habe ich irgendwo ist da oben auf den hügel der ist gespottet der rennt schon wieder aus der base raus gucken wir auf der auf der map der rennt über die wiese der ist ja nicht gespottet jetzt nicht alle auf b verschieben krieg ich nichts wird beschossen bin da und hat mich hat mich pass auf sie war das sind noch zwei stück oh mein gott sie backen sich über die hügel drüber 34 mauskett ich komme im tank dazu ich nehme den tank von unserer tank stelle noch verdammt kommt hier zu c da sind drei zwei stück a rein auf b aber b bringt noch ja die geiern da noch irgendwo rum ne jetzt nicht mehr dann komm jetzt zu c hoch lasst er irgendwo bei dir oder hast du den schon da ist noch einer vergänzend der aah der soloschreiben der läuft mit dem aah und er stört nicht oh lol omg und die chip kommt auf a aah alter fahren jetzt alle dahin oder was ich nicht vor allem die laufen immer zu fuß über die ganze map ey die sind total bekloppt naja die haben mir gemerkt dass wir nirgendwo ankommen ich stelle mich wieder zur antenne mit dem tank jetzt kommt ein jeep los jeep komm zu mir da da oah da waren 3 nice kill oah schön da war ach ne das ist nur der jet ok die runde ist ja mal mega boring ey da fährt den jeep ganz rechts ja hab ich gespottet der fährt uns mal im tank der fährt jetzt Richtung A der hat mich gesehen der hat Hitsch von mir auch hätt ich hätt mal wenigstens den javelin dabei ne ich mach jetzt erstmal ich hab javelin dabei bam down was war das denn da kommt noch ein jeep keine ahnung er hat denn den jeep gerade gekillt mit der m41 ein tank noch richtig ja hex hex ich hätte noch ein jeep oben bei mir lang mein gott jetzt muss ich den jagen hinter der antenne oder was jo tank hitter hier ist ein jeep hinter der antenne fahrne ich zu d tank hit tank hit noch ein tank zu hit tank hit hit alter was auf den geschossen wird auf den tank hit in fast in down ach fick dich einer von euch tankst du mir hier vorne gibt mir support da ist ein jeep oh jim kommt wieder ja ich komm fahren so zwei bein oder auch nicht zwei bein von hier kann ich jetzt schön auf den heli spawnersern nice so von hier kann ich jetzt schön auf den heli spawnersern nice so das machen die ganzen nüsse denn da wo laufen die denn hin ey das machen die ganzen nüsse denn da wo laufen die denn hin ey hinten m die wenigstens der sie der hat nach mich richtig da kommt und bei es Nein! Der Mörser ist ein Meter vor ihm eingeschlagen. Was hat er vor? Stirb! Ich guck den TV. Ich glaub, ich werd gleich vom Fahnenmast her schlagen, ne? Spiel dein Inf. Kämpft er sich auf den Hügel? Na, das wollen wir doch mal sehen. Hit. Und... Zack. Oh, jetzt geht er weg. Ach man, dieser Arsch. Ähm... Kommt der grad auf mich zu, dieser Ries? Oh, dieser blöde... Ja. Mal schauen, ob ich überlebe. Ja. Drop on Delta. Nice! Mörser kill! Endlich! Ignorieren wir mal, ne? Fiff, fiff, fiff. Bei der seiner Sieger. Ja, ich schieße da schon auf den. schiffen ach man bestimmt nicht